Der Anderlachner ist weg, desertiert. Er hat seinen Auftrag doch erledigt. Er schleppt sich herauf und bringt mehr Medeis ertragen kann und dafür soll erschossen werden? Man sollte alles aufschreiben. Für den Tag werden wir totgeschossen oder erfroren. No, fermo! Hallo Kamerad! Bist du verletzt? Auf Weihnachten sollten wir zuhause sein! Nicht her! Trance! Du wärst auch schwach geworden. Schön aber verloben. Kann sein, dass noch eine Lawine abgeht? Peter! Der Tag ist immer schlauer. Posten tot! Das ist noch ein Leben. Und kann über eine Promotion sein. Sano Cielo sind viele. Schauen Sie mich! Hast ein Sauglück gehabt, Franz! Pass auf, Herge! Das ist die Himmelspforte! Ich bin jemandem versprochen. Und ich warte.